Zuerst entfernen wir die Lüfterrad- und Zylinderabdeckung. Dann demontieren wir den Kickstarter-Hebel und die E-Einheit. Zuerst entfernen wir die E-Einheit. Beim Abschrauben der Schaltraster am besten einen Lappen unterlegen, um das Restöl aus dem Gehäuse aufzufangen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mit einer Vorrichtung wird das Lüfterrad festgestellt und die Mutter danach gelöst. Das Lüfterrad sitzt sehr fest auf dem Konus der Welle, der Kurbelwelle und wird mit diesem Polradabzieher demontiert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier sieht man die Werkseitigen Markierungen für die Zündeinsteller. A steht für 23 Grad vor OT und IT für etwa 18 Grad vor OT. Die Zündplatte kann also gedreht werden. Wir machen nach jeder Motorrevision die exakte Zündeinstellung, lassen den Motor im Teststand an und dann wird die Zündung genau eingestellt. Dann entnehmen wir die Zündgrundplatte. Hier sieht man sehr schön den limaseitigen Simmerring, der das Motorgehäuse zur Kurbelwelle hin abdichtet. Die Vergaserwanne wird jetzt demontiert. Zuerst der Deckel abgenommen, dann Luftfilter und Vergaser abnehmen. Befestigt wird der Vergaser mit zwei Dinnbusschrauben am Motorgehäuse. Jetzt ist der Vergaser entnommen, wird in der Vergaserwanne diese eine Schraube gelöst. Und dann kann die Vergaserwanne vom Motorblock abgezogen werden. Nach dem Abnehmen des Kupplungsdeckels hebeln wir die Andruckplatte der Kupplung mit einem kleinen Schraubendreher aus dem Kupplungsgehäuse heraus. Damit sich die Kupplung beim Losschrauben nicht mitdreht, wird sie mit dem geeigneten Werkzeug festgesetzt. Musik 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 Wenn sich die Kupplung dann nicht von Hand abziehen lässt, kannst du entweder einen Lagerabzieher benutzen oder man kann auch mit zwei Schraubendrehern vorsichtig hinter den Kupplungskorb greifen und diesen dann vorsichtig abhebeln. Je nachdem was für Werkzeug zur Verfügung steht. Musik Die Ölpumpenwelle treibt die oben in der Vergaserwanne liegende Ölpumpe an. Musik Und die Welle wird wiederum über das Zahnrad und über diese Unterlichtscheibe, die auf der Korbelwelle sitzt, angetrieben. Die Unterlichtscheibe besitzt auf der einen Seite eine Phase, auf der anderen nicht. Da musst du darauf achten, dass diese Phase zur Korbelwelle hin zeigt bei der Montage. Musik Musik Zahra Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Zum Abnehmen des Zylinders und des Kopfes die vier Zylinderkopfschrauben diagonal lösen. Untertitelung des ZDF, 2020 Zum Abnehmen des ZDF, 2020 Jetzt sehen wir hier oben wunderbar die Korbelwelle, die greift über die Kupplung auf die Nebenwelle und die wiederum überträgt die Kraft auf die Gangzahnräder des Getriebes. Mama hat immer gesagt, Ordnung ist das halbe Leben. Zum Abnehmen des Schaltkreuzes die Schaltstange rechts herum lösen. Es handelt sich hierbei um ein Linksgewinde. Hier sieht man dann das Schaltkreuz, das sich oben an den Kanten zuerst abnutzt. Dann die Antriebswelle entnehmen. Zur Demontage der Nebenwelle die Mutter von außen am Gehäuse lösen. Dann die Welle nach innen drücken und dabei darauf achten, dass die Nadeln von der Welle nicht einfach so auf den Boden fliegen. Am besten in der Hand auffangen. Danach kann man dann die Nebenwelle oder den Tannenbaum entnehmen. Nun montieren wir die Gegenhalteplatte und drücken dann damit die Kurbelwelle aus dem kupplungsseitigen Kurbelwellenlager heraus. Zwischen der Kurbelwelle und diesem Sicherungsring sitzt der Wellendichtring, den wir vorher mit einem Schraubendreher vorsichtig herausgehebelt haben. Jetzt entnehmen wir das große Kurbelwelle-Lager kupplungsseitig. Dazu erhitzen wir den Lagersetz des großen Lagers. Bei einem Heißluft füllen die das eigentlich ganz gut. Und kühlen dann das Lager mit Kältespray herunter, um soweit der Demontage den Lagersitz möglichst zu schonen. Diese Vorgehensweise nutzen wir auch bei dem Achslager dieser Gehäusehälfte weiter unten, sowie bei den anderen beiden Lagern schaltrastenseitig und lichtmaschinenseitig in der anderen Gehäusehälfte. Zur Entnahme der Kickstarterwelle wird diese Feder entnommen. Die ist eingerastet, das haben wir vorher ja schon rausgehebelt. Die wird also jetzt nur noch abgezogen, dann die Kickstarterwelle abnehmen und in der Gehäusebohrung darauf achten, dass der O-Ring da auch ausgewechselt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zum lichtmaschinenseitigen Korbelwellenlager gehört dieser Innenring, der auf die Korbelwelle gepresst ist. Den ziehen wir jetzt mit diesem Abzieher-Set ab. Und das war es dann eigentlich auch schon zur Demontage eines PX-Motors. Vielen Dank. Vielen Dank.